Psst! Leute! Ich glaube, ich sollte mich mal wieder melden, oder? Ja, äh, hi! Hier bin ich. Äh, ja, Rückinfo. Was ist jetzt alles los? Oh mein Gott, so lange keine Videos mehr. I know, right? Nein, ähm, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, das letzte Video auf meinem Kanal, also zumindest das letzte große Ankündigungsvideo, mein Laptop war kaputt. Ähm, ja, für die, die sich jetzt wundern, was war überhaupt mit meinem Laptop? Ähm, ja, das Betriebssystem war irgendwie im Arsch, also, ja, die SSD musste ausgetauscht werden, und jetzt geht er wieder. Aber, weitere Info? Ich hab mir gleich gedacht, okay, wenn so ein Zwischenfall passiert ist, dann will dir der Laptop auch sagen, er möchte nicht mehr. Also, naja, vielleicht will er sagen, er ist ab der Hälfte seines Lebenszeiters angekommen, und, ähm, äh, naja, nach zweieinhalb Jahren kann man das ja auch verstehen. Jetzt hab ich mir einen neuen Laptop besorgt, und, hehehe, das ist ein Monster, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hab auch schon, ähm, von, naja, sagen wir mal, einem Insider erfahren, dass das ein ziemliches Monster ist, was ich nicht mal richtig ausnutzen kann für die Dinge, die ich tue, weil ich, weil der so viel kann, das, das kann ich gar nicht ausnutzen. Aber, ähm, naja, egal. Wie gesagt, ich hab jetzt einen neuen Laptop, ein richtiges Monster, und, ähm, ich war jetzt, die ganze Zeit konnte ich halt nicht aufnehmen, weil ich jetzt zum Beispiel diese Woche, die komplette Woche auf einer Weiterbildung war, im Harz, ha, war schön, in einem Hotel zu sein. Ähm, ähm, ja, und nächste Woche hab ich Nachtschicht, das heißt, äh, höchstens kann ich vielleicht am Samstag nächste Woche aufnehmen, ähm, und dann könnte es vielleicht übernächste Woche wieder Videos geben. Ich hoffe nur, dass das alles jetzt klappt, und, äh, wie gesagt, mit etwas Glück startet ab übernächster Woche, also ab dem, ähm, 21. wieder, äh, LPs. Es könnte aber auch sein, dass es sich mit Pech sogar wirklich bis ins nächste Jahr zieht, weil ich, ähm, ab dem 26. wieder wegfahre bis zum Neujahr und darüber hinaus, und dann krieg ich auch wieder eine Woche im Neujahr Besuch, also direkt im Anschluss. Also, wenn es Pech gibt, äh, ähm, erzähl euch über Twitter dann nochmal, aber wenn es Pech gibt, dann aber wirklich sogar wirklich erst im Januar wieder Videos. Ich wollte nur eine kurze Rückinfo geben, wie ist der Stand der Dinge? Ich hab wieder einen Laptop, ich kann jetzt wieder aufnehmen, ich hab nur in letzter Zeit keine Zeit zum Aufnehmen gehabt, aber jetzt ist die Zeit halt hoffentlich bald wieder da, und ich hoffe, endlich, dass ich wieder LPs aufnehmen kann, also heißt Slide 2 und Kingdom Hearts 2. Also, meine lieben Freunde, ich bin nicht tot, ich hatte nur keine Zeit. Bis im nächsten LP-Part, meine lieben Freunde. Tschüsselichen.